Guten Morgen am Samstag, den 1. Dezember 2018 und damit machen wir direkt das erste Türchen auf und gucken mal, was sich hinter dem ersten Türchen verbirgt und jetzt geht das schon wieder los mit Zerreißen von den Türen und alles blöd. Und es gibt direkt am ersten Tag ein Space Shuttle aus ganz vielen einzelnen Teilen und das bauen wir jetzt erstmal auf. Ja, das Space Shuttle hat vor allem schon mal einen ganzen Haufen an Ersatzteilen geliefert, es gibt einfach schon mal 6 Ersatzteile am ersten Türchen und was ganz spannend ist, ist, dass diese Eiswaffeln einfach in einer anderen Farbe hier als Triebwerke mit benutzt werden, aber mit den Trägerraketen und so sieht das eigentlich alles in allem schon mal ganz schick aus und bildet damit schon mal das erste vollständige Türchen. Dann noch einen schönen Tag.